ja herzlich willkommen zu einem neuen lernvideo bei mir auf dem kanal heute geht es noch mal um ein bisschen oberstufen mathematik und zwar geht es heute um die frage wie kann ich ein integral eigentlich anschaulich darstellen wie kann ich mir das veranschaulichen und wir haben schon mal gelernt dass das irgendwas mit der fläche unterhalb von einem grafen zu tun hat und jetzt schauen wir uns das einfach noch mal genauer an und bevor ich jetzt auf meine tafel verweise möchte ich erst noch eine neue tafel aufmachen mein geo gebra und ihr seht es hier einen grafen einer funktion und ich habe hier einen schiebregler so genau und erzählt ihr wenn ich den schiebregler hier hin und her fahre dann kann ich da unten die fläche bestimmen und er zeigt mir auch gleich den wert dieser fläche an das heißt wenn ich bei den schiebregler bei null habe dann habe ich gar keine fläche das heißt ich kann als punkt notieren null und null so jetzt gehe ich weiter und gehe jetzt auf 1 man sieht die fläche wird größer und bei 1 habe ich die fläche 2,25 deswegen kann ich hier hinschreiben 1,2.25 dann gehen wir noch mal weiter auf 2 und da sehe ich da ist der wert 4 also kann ich hier eingeben 2 und 4 als punkt jetzt gehe ich weiter jetzt geht die fläche nach unten und ihr seht schon was mit der fläche passiert die wird plötzlich kleiner der wert des integrals wird kleiner und wenn ich jetzt auf 3 gehe dann hat er wieder den wert 2,25 das heißt bei 3 kann ich wieder 2.25 hinschreiben das heißt was hat jetzt mein mein programm gemacht das hat jetzt praktisch von der oberen fläche die über der achse ist das waren plus vier flächeneinheiten hat sie jetzt diese 1,75 flächeneinheiten die jetzt nach unten gehen abgezogen und so kommt sie wieder auf 2,25 und wenn ich jetzt auf 4 gehe dann ziehe ich praktisch jetzt die ganze fläche von der oberen ab und weil die zwei gleich groß sind kommt null raus deswegen kann ich jetzt hier schreiben 4 und 0 so ok so und jetzt habe ich hier lauter punkte gezeichnet und das sind jetzt eigentlich die werte die jeweils der graf besitzt wenn er praktisch hier praktisch bei einer bestimmten grenze die fläche betrachtet und was wichtig ist ich betrachte nicht die fläche selber sondern die flächenbilanz weil ich nämlich die fläche die über dem grafen ist mit dem unterhalb des grafens verrechnen sozusagen die oberhalb die fläche hat den wert plus und die unterhalb dem wert minus und wenn ich jetzt die mir das so anschauen dann sehe ich dass der graf der sich hier ergibt gerade der graf der stammfunktion ist ja da liegen jetzt alle punkte die ich geschrieben habe drauf und praktisch diese dieser violette graf der ist praktisch jetzt zeigt mir praktisch die flächen bilanz an die also der die jetzt praktisch besteht wenn ich die fläche zwischen der x-achse und dem funktionsgrafen betrachte das wäre jetzt das was ich aus diesem hier heraus ziehen kann und mit diesem wissen gehen wir jetzt bitte hier ein also wir schauen uns genau das gleiche beispiel noch mal an und zwar habe ich hier noch mal diesen grafen gezeichnet ich habe jetzt auch die funktionsgleichung und ich möchte jetzt mal als erstes den wert der fläche berechnet haben der praktisch der graf im ersten quadranten einschließt das wäre also die fläche hier erster quadrant ist oberhalb also die ganze fläche hier also wenn ich die jetzt also berechnen will dann kann man das jetzt erst mal alleine machen und kann das video hier unterbrechen hier kommt die lösung also ich sehe aus der abbildung dass also der grenz die grenze gleich bei 2 liegt aber ich ja bis zu 2 hier integriere und deswegen kann ich die fläche bestimmen über das integral jetzt von 0 bis 2 über die funktion drüber jetzt muss ich das mit der bekannten x hoch n regel integrieren das heißt x hoch 3 wird zu x hoch 4 viertel x quadrat ist integriert x hoch 3 drittel 6 durch 3 ist 2 deswegen kriege ich hier 2 x hoch 3 und jetzt kriege ich hinten 8 x integriert wäre x integriert ist x quadrat halbe 8 durch 2 ist 4 deswegen steht hier 4 x quadrat so und jetzt kann ich eben das so ausrechnen indem ich erst die obere grenze einsetze und das dann minus der unteren grenze rechne ja und dann komme ich auf die vier flächeneinheiten und die kommen uns bekannt vor die hatten wir ja vorher für diese fläche auch so und jetzt möchte ich noch den flächeninhalt berechnen im nächsten in der nächsten aufgabe ja das heißt jetzt ich kann jetzt mal nur was ich bisher schon mal habe grafisch interpretieren und zwar kann ich sagen das integral ordnet jedem x0 größer 0 einen flächeninhalt zu den der graf mit der geraden x gleich 0 und x gleich x0 besitzt so diese zuordnung ist eindeutig das heißt zu einem x wert gibt es genau einen flächenwert und das integral kann ich als jetzt als funktion deuten die jeden x wert einen wert für den mit der grafen und der x achse eingeschlossenen fläche einen wert zu ordnet es geht aber jetzt eben nur wenn ich nicht über die x achse drüber kommen das machen wir jetzt jetzt möchte ich nämlich dann den flächeninhalt dieser jetzt hier markierten fläche berechnen und ich habe hier noch eine schreibweise eingeblendet das f von x das ist jetzt die stammfunktion oder integral funktion auch genannt wir können jetzt auch die kriegt danach noch einen anderen namen das ist jetzt praktisch das integral von 0 bis zu x weil ich jetzt aber x hier schon verwendet habe darf ich es hierher nicht mehr verwenden also nehme ich da eine andere variable dann nehme ich da t als integrationsvariable auch t und dann würde ich jetzt mein f von x praktisch das integral von 0 bis x sein über die funktion t hoch 3 minus 6t quadrat plus 8t dt gut jetzt betrachten wir wieder diese funktion und jetzt will ich den flächeninhalt der fläche von zwischen x gleich 0 und x gleich 3 und danach will ich den wert von dem integral ausrechnen von 0 bis 3 und die mit dem flächeninhalt vergleichen um herauszufinden was der zusammenhang ist gut das sieht dann so aus ich integriere also erst wieder die fläche von 2 bis 3 warum die die andere habe ich ja schon berechnet die rote die weiß ich dass 4 ist so dann integriere ich also von 3 bis 2 ich mache wieder meine integral formel das heißt ich integriere hier wieder mit der x hoch n regel das heißt x hoch n integriert ist 1 durch n plus 1 mal x hoch n plus 1 und setzt dafür jetzt n gleich 3 n gleich 2 und n gleich 1 ein komme ich wieder auf diesen termen wie vorher schon erläutert und jetzt setze ich die grenzen 3 und 2 ein und wenn ich das einsetze dann kriege ich hier erstmal minus ein ganzes 3 viertel ich setze erst die 3 als grenze ein und die 2 als grenze habe ich schon das weiß ich ist 4 deswegen schreibe ich hier nur noch minus 4 hin so jetzt weiß ich die und jetzt haben wir hier schon das problem ich habe hier eine negative fläche warum klar weil sie unterhalb der x-achse liegt deswegen ist der wert negativ wenn ich jetzt aber den flächeninhalt dieser fläche beschreibe flächeninhalt ist ja eigentlich eine fläche immer eine positive größe aus diesem grund muss ich jetzt hier eigentlich diese die wenn ich den flächeninhalt berechne muss ich von a2 den betrag nehmen also plus ein ganzes 3 viertel ja und das heißt ich muss also zu dem flächeninhalt den ich vorher hatte die rote fläche die war ja 4 da addiere ich jetzt noch diese fläche 1 3 viertel dazu und lande bei 5 ganzen und 3 viertel flächeneinheiten so jetzt wenn ich das integral ausrechne von 0 bis 3 machen wir wieder in der klammer die die integral funktion die wir dadurch kriegen dass wir wieder diese x hoch n regel anwenden und wenn ich jetzt das auswerte dann setze ich erstmal für die obere grenze überall eine 3 ein und für die untere eine 0 und wenn ich 0 einsetze dann kommt insgesamt hinten 0 raus so dass ich also jetzt für meinen wert wie vorher schon der erinnert euch noch wie wir das mit geogebra gemacht haben 2 ein viertel rauskommt so und das ist jetzt aber nicht der flächeninhalt der von 0 bis 3 eingeschlossen wird sondern das ist der verrechnete wert nämlich der berücksichtigt dass das eine nach oben geht und das andere nach unten das heißt die fläche oberhalb bekommt ein positives vorzeichen zugeordnet und die fläche unterhalb ein negatives vorzeichen und wenn ich die beiden sozusagen zusammen addiere dann kriege ich praktisch eine eine angleichung indem ich praktisch von dem oberen das was unterhalb liegt abziehe ja und wenn ich sowas mache dann nennt sich das eine bilanz ich mache die bilanz der flächen oberhalb des äh der x-achse und verrechne die mit den flächen unterhalb äh der x-achse die negativ gewertet werden ja also ich sehe auf diesem grund ist der integralwerk kleiner als der wert der eingeschlossenen fläche und bei der integralrechnung wird der flächeninhalt unterhalb der x-achse subtrahiert und nicht addiert das heißt ich bilde nicht den flächeninhalt sondern ich bilde die flächenbilanz das heißt das integral summiert jetzt alle mit der geraden x gleich 0 und x gleich b der x-achse eingeschlossenen flächeninhalte und zwar egal ob deren in äh vorzeichen positiv oder negativ ist ja und wie gesagt daher werden flächeninhalte die jetzt unterhalb der x-achse sind mit einem negativen vorzeichen versehen und die anderen die oberhalb sind also wie die rote fläche die bekommen ein positives vorzeichen und wenn ich das jetzt eben zusammenrechne dann kann ich grafisch dann festhalten dass dem integral jeden x-wert zwischen 0 und b den wert der flächenbilanz zwischen den grenzen 0 und b zuordnet ja und damit hat es jetzt diese funktion diese funktion groß f ja deren grafen wir ja vorher auch schon gesehen haben der beinhaltet jetzt wieder nichts anderes als letztendlich die flächenbilanz das heißt ein integral veranschaulicht immer die flächenbilanz und das ist hier noch mal kurz zusammengefasst also die funktion groß f von x die also das integral von 0 bis x über die funktion klein f von t dt ist die ordnet jedem wert zwischen der größer als 0 ist den wert der flächenbilanz zu die zwischen den grenzen 0 und x mit dem grafen von f von x und der x-achse eingeschlossenen fläche ist so und das wäre es für heute gewesen war jetzt heute ein bisschen ein bisschen trockener stoff aber wie gesagt ich hoffe es hat trotzdem was geholfen wie gesagt ansonsten würde ich mich freuen wenn ihr wieder mal bei mir im kanal reinschaut ich verabschiede mich für heute wünsche euch eine gute zeit bis zum nächsten mal würde mich freuen wenn wir uns wieder sehen bis dahin sage ich servus